Hallo, aber ein wenig bei dem 1x1 vom Engediner Ski Marathon. Keine Angst, heute gibt es keine Konditionstraining oder Übungen. Remo ist nicht hier. Heute geht es um Equipment und das Material. Wir sind bei Dani. Dani, du gibst dem Remo auch die richtige Ski. Was ist das Allerwichtigste am Equipment? Also klar, der Ski ist es, oder? Nein, das Wichtigste an der Langläufer ist richtig. Es ist nicht der Ski, es ist der Schuh. Der Schuh muss passen, bequem sein und nur diesen hast du Spass mit dem Ski. Wow, wieso das denn? Ein Schuh muss eine gute Kraftübertragung haben, er muss bequem sein und er muss eine gute Stabilität vermitteln. Und nur dann kannst du die Vorteile des Ski richtig auskosten. Aber nachher möchte man ja auch einen schnellen und guten Ski. Wenn ich den hier anschaue, dann sehe ich zwar schon von hier etwas, aber nicht genau, vielleicht sehe ich etwas mehr. Sag mal, Dani, was ist denn der perfekte Ski für jemanden, der gut durchgehalten möchte? Für dich zum Beispiel. Über den Ski wird sehr viel geredet und darum ist es ganz wichtig, dass der ganz normale Läufer seine Technik richtig einschätzt. Es gibt Ski, die primär aufs Tempo ausgelegt sind. Die sind nicht ganz einfach zum Läufen, die haben eine Unruhe. Man muss technisch einfach besser sein. Und dann gibt es Ski, die sind einfacher zum Läufen, haben bessere Führungseigenschaften, sind vielleicht nicht ganz so schnell, aber kann für einen normalen Läufer einfacher sein. Aber man will ja auch am Anfang, gerade am Anfang gibt es ja so viele Leute, so viele Leute und dann geht die Steine, dann muss man ja einen Rennschki haben, dann ist es ja wichtig, dass man schnell wegkommt. Es muss nicht unbedingt sein, weil es ist nicht unbedingt das Ziel, dass du ja zuerst in der Schanze fahren in Samuritz stehst und dort schon nach einem Isostar riefst, weil du dort nicht mehr machst, dann geht dein Ski-Marathon, gerade vom Alloyen bis zum Jump und nicht nur, wer zuerst über die Seen am Volk davon läuft. Oder ihr könnt einfach sagen, dort vorne, ich habe schon Torst, weil ich habe einen Rennschki an den Füssen. Jetzt ist dort nochmal etwas, die sind auch wichtig und ohne diese sieht es auch komisch aus, die Stöcke. Auf was muss man dort schauen? Die Stecken sind sehr wichtig. Das Wichtigste ist, dass es genau passt auf die Körpergräse. Wir empfehlen die Körpergräse minus 20 cm für Skatingstecken und minus 30 cm für Klassischstecken. Aber bei den Stecken geht es nicht unbedingt um jedes Gramm. Da gibt es sicher noch da und dort Möglichkeiten, um noch das ein oder andere Gramm sonst zu sparen. Genau, und du weisst, ja, du hast schon recht. Und dafür, hoppla, ja das hier, das Gewicht, das bringe ich schon weg, bis zum Marathon. Ähm, schnell. Es geht ja auch um das Thema, schnell zu sein. Dort gibt es noch andere Tricks. Wachs. Du kannst uns sicher noch ein paar Tipps geben, aber ihr, ihr seht das erst im nächsten Video. Remo, sag mir, Remo, wir wollen wissen, Wer ist denn Remo? Ah, das habe ich Remo gesagt. Gut, tschau. Remo. Nein, der ist der nächste.